In diesem Video zeige ich dir zwei einfache Möglichkeiten, wie du dir in Logic Pro X mittels White Noise spannende Filter-Sweeps erzeugen kannst. Geht gleich los! Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Wenn du dich für die Arbeit mit Logic Pro interessierst, empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da gebe ich dir nochmal zehn wertvolle Tipps, wie du schneller und effizienter in Logic Pro arbeiten kannst. Im ersten Kommentar angepinnt, unbedingt runterladen, hat schon sehr vielen Leuten weitergeholfen. So, jetzt aber zu der Frage, die ich in letzter Zeit öfter gestellt bekommen habe. Wie kann ich in Logic Pro White Noise erzeugen und wie kann ich damit Filterfahrten generieren? Das möchte ich dir kurz zeigen und genauer gesagt, wie im Intro erwähnt, zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist über den Asbach-Uralten Synthesizer ESP. Der klingt in der Standardeinstellung so. Aber das interessiert uns jetzt hier nicht. Wir wollen keine Töne haben, wir wollen keine Töne generieren oder so einen Sound bauen. Wir interessieren uns nur für das Noise. Und das siehst du hier. Deswegen mache ich die ganzen Schieberegler in der Sektion jetzt runter und wir haben nur das Noise. Im Moment klingt das jetzt so. Um so einen White Noise zu bekommen oder so einen Rauschen zu bekommen, muss ich jetzt noch ein bisschen an der ADSR-Filterkurve rumspielen. Ich habe das vorher schon mal probiert. So klang es für mich am besten. Dann musst du so ein bisschen ausprobieren. Und was dann wichtig ist, ist, dass du Frequency, Speed und Resonance komplett hochdrehst. Frequency, Speed und Resonance komplett hochdrehst. Und dann haben wir unser gewünschtes Noise. Okay, wenn du möchtest, kannst du dir jetzt einen Screenshot machen. Das sind also die Einstellungen. Die musst du nur nachbauen. Dann hast du dieses Rauschen schon. Und jetzt klingt es natürlich insgesamt noch ein bisschen langweilig und nicht so spannend. Und deswegen bauen wir jetzt hier noch einen Channel EQ ein. Und ich mache so ein paar Vorstellungen. Was ich hier automatisieren möchte, ist die High Cut Frequency. Und wir gehen hier auf 48 dB pro Oktave runter. Du wirst gleich sehen, warum. Ich lasse den mal hier oben einfach offen. Oder diese Frequenz möchten wir jetzt hier automatisieren. Dazu mache ich jetzt hier einfach meine Automationsansicht auf. Und jetzt suchen wir uns hier den Channel EQ raus. Und wir haben hier die High Cut Frequency. Also diese Frequenz möchte ich automatisieren. Naja, und alles, was du jetzt noch machen musst, ist einfach das einzuzeichnen. Du siehst hier schon die Frequenz. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier runtergehe, sagen wir mal, wir fangen hier bei 280 Hertz an und fahren dann hier hoch. Dann haben wir schon unseren Filter Sweep. Ja, okay. Du kannst natürlich auch den Sweep hier runterfahren lassen oder die Filterfahrt von oben nach unten und wieder nach oben machen, was auch recht effektiv ist. Ja, fahren wir hier an nochmal. Kommen wir zur zweiten Möglichkeit. Und das ist auch über den sehr, sehr alten ES2 Synthesizer. Auch hier interessieren uns jetzt wieder nicht irgendwelche Töne, sondern wir interessieren uns nur für das Noise, für das Geräusch. Das haben wir auch wieder hier drin in diesem Parameter. Ich gehe einfach hier auf Noise und mache die anderen aus. Und auch jetzt haben wir wieder so eine Art Rauschen hier. Und ich könnte auch hier wieder mit dem Cut-Off-Filter nacharbeiten, okay, oder den hier einzeichnen per Automation. Möchte ich jetzt aber nicht. Wir sind jetzt faul und wir machen das einfach oder wir lassen uns das machen und zwar über einen Autofilter. Den findest du hier unter Filter, unter der Filtersektion Autofilter ist gleich der erste. Der macht jetzt sozusagen das, was ich hier eingezeichnet habe. Im ersten Beispiel macht der automatisch. Das heißt, er lässt solche Filter hier ablaufen. Du hast hier zum Beispiel, das ist jetzt ein Preset. Dann haben wir hier zum Beispiel einen Always Rising Filter. Und so weiter. Was ich gefunden habe, ist dieses Preset Constant Rise 4 Bars. Jetzt geht er vier Takte nach oben. Klingt schon ganz gut. Wir haben jetzt aber folgendes Problem, dass er am Höhepunkt schon ist praktisch, dass er nicht mehr sweept, wenn wir hier sind bei Takt 4, glaube ich. Und deswegen werde ich jetzt versuchen, die Länge des Rises einfach zu verlängern oder dieser Autofilterfahrt. Ich gehe hier einfach von 4 Bars auf 6 Bars. Dann ist die Filterfahrt zunächst mal länger und sollte dann auch erst hier enden. Und was ich noch machen kann, ist die Resonance hochdrehen, um das Ganze noch dramatischer zu machen. Mit der Resonance kannst du die Signale im Frequenzbereich um die Cut-Off-Filterfrequenz reduzieren oder eben steigern, erhöhen. Ja, ich drehe jetzt hier mal noch ein bisschen hoch und dann kommt das Ganze wesentlich dramatischer nochmal. Ja, klingt schon ganz spannend. Ja, alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist im Prinzip einfach nur einen langen Hall einzusetzen, damit wir hier das Ganze noch ein bisschen dramatischer kriegen. Ja, was nehmen wir? 7 Sekunden, langweilen wir gleich richtig zu. Oh, dann klingt die Sache so. Und schon habe ich einen Riser, mit dem ich die Möglichkeit habe, irgendeinen Übergang zum Chorus hin oder so spannender zu machen. Mich würde jetzt noch interessieren, hast du diese Möglichkeiten gekannt? Mit was arbeitest du, um solche Riser zu erzeugen? Es gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten, das würde mich sehr interessieren. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder über neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!